so hallo hallo liebe leute willkommen zu einer weiteren folge red dead redemption 2 ja ist jetzt zwei oder drei wochen her wo ich das letzte mal gespielt habe ich habe ja ich bringe immer nur eine folge pro woche wenn man dann mal in der woche zwei drei folgen aufnimmt da hat man halt erstmal genug außerdem kommt ja auch noch anderes zeug wie ihr schon mitbekommen habt weswegen dann jede woche red dead end unbedingt drin ist genau muss jetzt auch erstmal überlegen wo wir als letztes stehen geblieben sind ja ich weiß wir haben da die tabak farm von den einen angebrannt und von den brave raids pferde geklaut da weiß ich noch dass wir da stehen geblieben sind bin ich mal gespannt wie es weitergeht da was was wir mal probieren können kurz was testen um die stimmen zu hören wie laut sie sind soja so ist doch besser wir schauen jetzt gerade mal schnell ob wir hier irgendwie was herstellen können ja wir müssten halt mehr tiere jagen dafür keine ahnung muss nicht sein gut schauen wir wo die nächste mission ist nehmen an die wird hier sein ja hier ist sie doch auch schon dann gehen wir direkt dorthin die ist direkt hier im lager ach mit meike okay blessed are the peacemakers for they shall be called hey molly where's dutch well however it goes i'm not sure all that line of thought serves you and me very well that's because cowpoke you are a man of profoundly limited intelligence no doubt well you and the old man and dutch have been running around digging us ever deeper into shit old mr. pearson might have gone and lighten the load a little beer sir ain't you curious yes gentlemen dutch you tell him fat man it's peace dutch the edriskels i mean i think there's a way what on earth are you talking about get the words out properly fat man i met a couple of the edriskel boys on the road in the town things are about to get ugly but you you know how i am in a fight like a corner tiger oh man piercen our cook somehow it didn't but we got to talking and they suggested a parley den things like gentleman gentleman com o driscoll have you lost your minds always telling us dutch do what has to be done but don't fight wars ain't worth fighting they want a parley it's a trap well of course it's probably a trap but what do we got to lose finding out get shot we ain't getting shot because you'll be protecting us it's a trap you shoot the lot of them if it ain't a trap that's slim chance i don't see the point in any of this it's a chance it's a chance gotta take i killed combs brother long time ago hmm then he killed a woman i love dear hmm hmm auch sehr uneherenhaft hmm auch sehr uneherenhaft let's go you and me with arthur protect us no one else what about me this ain't the time for tigers my friend eh ja also ich hab gesagt das ist sehr uneherenhaft weil ich bin der meinung ich nehme an o driscoll's bruder war auch ein verbrecher ist halt irgendwie assi wenn die irgendwie anscheinend mal verbündete waren oder mehr oder weniger freunde und er hat den umgebracht aber ähm ja wenn die frau von dutch wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt kriminell war sondern mehr im lager oder so gesessen hat und sich da gar nicht eingemischt hat dann die person zu töten naja gut ich mein es ist sein bruder kann man auch irgendwo verstehen aber ja ne der eine hat was damit zu tun die andere nicht unbedingt sehr uneherenhaft here he goes doubting thomas is there any plan you ain't sour on well maybe you're right just nervous let's not waste any more lives needless I ain't costing lives here I'm saving them what did you say we had pinkertons coming after us because of blackwater and leviticus cornwall and his private army then who knows when this local hillbilly thing will come to a head hmm and we really afford to be fighting on all these fronts and O'Driscoll there is wisdom in that I hope so gentlemen but like I said I'm nervous look you ain't even going to be the one in danger we'll get on over there find a nice perch for you to settle into you got that rifle don't you yeah yeah then me and Dutch walk right in to the lion's den with you to cover us okay just keep calm unless I give you a reason not to we'll be fine we got you I will do my best oh my dear and trusted friend with you watching over me I would walk into hell itself as would I that's a compliment from him you can see Arthur is in the group actually the man for the grove let's say we hey up there men on the ridge oh Driscoll's from the look of them I don't like having eyes on us we're close we'll be the eyes soon enough they are being also much ready as you Yes honestly I have pushed too hard but we've also got a situation that could've been safer I just I see all those mouths we gotta feed and I I dream too big Karen too much That's my problem Karen too much there's no such thing Das ist Scheiße für beide von euch. Vielleicht ist es. Micah könnte sein als Scheiße sein. Colm O'Driscoll könnte sein als Scheiße sein. Die Prozesse dieser große Nation. Menschen, die gleiche zu haben. Freiheit und Justiz für alle. Das könnte auch nicht so sein, aber es ist wert versuchen. Das ist wert. Das ist wert. Verstehst du das, Freund? Ich weiß nicht. Ich versuche. Alles, was ich versuche, ist, dass du versuchst. Alles klar, Cowpoke. Du gehst nach vorne. Wir treffen uns auf dem Flugzeug. Finde einen Platz neben uns, wo du ein Augenblick auf Dinge behalten kannst. Alles klar. Alles klar. Wie auch immer, wie es sich aussieht. Wir versuchen uns nach dem Weg zu treffen. Wir werden da sein, Partner. Okay. Wir sollen denen jetzt Deckung geben. Ja, da haben wir doch das Gewehr. Ja, da haben wir doch das Gewehr. Da kommt auch Driscoll mit Zweifel seiner Männer. Ja. Ja, das ist jetzt ein Bug. Eigentlich das Gewehr, Gold, ne? Ja. Du bist der Welt. Wie ist das? Alles gut. Wie ist das Spiel? Welchen? Oh, ich mag das. Wie gesagt, das ist ein Charismatik-Leader. Wir haben viel Kraft auf uns, diese Zeit. Wir beide. Wir haben eine ganze Menge Probleme. Sie haben mir einen Preis, Dutch, um zu bringen. Warum hast du es nicht? Nun, ich könnte. Ich bin... sorry... über dein Bruder. Ja, ich habe ihn nicht sehr viel. Ich... liebte... Annabelle. Sie lieben immer die Mädchen, Dutch Van der Leyen. Ich liebe das von dir. Was machen wir hier? Geh nach Hause. Ist das Ding vorbei? Na... Scheiße gelaufen, ne? Oh mein Gott, wir müssen weg hier. Oh... Schön zweimal angeschossen worden. Einmal vom Revolver, einmal von der Schrotflinte. Wir liegen wohl auf einem Pferd, ne? Wir liegen wohl auf einem Pferd, ne? Ja. 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 das muss wehtun das muss richtig gut wehtun ja da haben wir das ding tut auch bestimmt richtig gut mit einer schusswunde wir müssen irgendwie die wunde ausbrennen schwarzpulver da drauf also schießpulver dafür dacht grad wir sollen das helfen wir müssen die wunde ausbrennen schwarzpulver 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 Ja da hält dich hier. Ja moin alter what the hell. Ja ist ja mal ein übelster Hitz. Komm er schießt mich du Arschloch. Du freust dich jetzt so anstatt meine Waffe zu nehmen. Digga was für ein Witz. Alter jetzt mal ganz im Ernst, dass das nicht Witz ist. Dass er mich erschießt. Streich nochmal also wirklich. Was war denn das wieder für ein Witz? Es ist rot und dann wenn du wirfst es ist es wird dann immer rot. Also hä? Alter manchmal ist das Spiel echt einfach nur abfuckt. Muss ich ehrlich sagen. Gut der ist benommen aber halt trotzdem was soll ich heiße. Es ist eine Sache torturingen einen Mann. Es ist eine Sache. Es ist eine Sache. Es ist eine Sache. Es ist eine Sache. Es ist gut. Es ist gut, dass wir uns alle gehen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Oh mein Gott. Ich will meine Waffen wieder, aber wie kriege ich die? Die müssen doch hier sein, aber hier. So, jetzt. Lief doch schon besser, warum eben dazu? Ja, wir sind echt sehr stark verwundet. Das ist mein Pferd, ja, oder? Ja, das ist mein Pferd. Schnell weg hier. Ich wollte die mitbekommen, dass ich ausgebüxt bin. Oh mein Gott. Weg hier. Da muss echt geil sein, mit solchen Schmerzen jetzt noch auf dem Pferd so eine weite Strecke reiten zu müssen. In echt hätte ich da ja so keinen Bock drauf. Da haben wir wohl das Bewusstsein verloren. Hm, kann man nur hoffen, dass unser Pferd uns auch nach Hause bringt. Ja Mann, wir haben es geschafft. Arthur. Arthur? Arthur. Ich hab dir gesagt, es war ein Abstand. Oh, mein Junge, mein Junge, was? Er hat mich. Aber ich bin weg. Ja, ja, du hast. Miss Grimshaw, ich brauche Hilfe! Reverend Swanson! Er wird die Verlust auf uns? Oh, natürlich war er! Entschuldigung, Arthur. Es ist ein bisschen late für Ihre Entschuldigung. Swanson! Mr. Morgan! Mr. Morgan! Mr. Morgan! Ja, ja, ja. Du bist sicher, Arthur. Okay. Ja, du bist sicher. Du bist sicher. Das ist schön, das ist. Das ist echt schön. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Ja, ja, ja. Ja, wenige Wochen später, ne? So was braucht halt, bis das verheilt ist. Ja, ich bin jetzt noch nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wie fühltest du dich? Oh, das ist ähnlich wie du. Ich bin nicht mehr. Entschuldigung, dass du das hörst. Na, du bist dir. Ja, du bist dir. Machen. Machen wir. Das machen wir durch. Wie schnell wird man Handelzeiger zum Gejagten in so einer Welt, ne? Guten Morgen, Arthur. ja gut müssen wir schauen wo die nächste mission ist die ist dort dort jetzt mal hin jetzt ein paar wochen rum jetzt ist unser baden unsere haare sind auch wieder um einiges gewachsen eine wilde sache das ist das zweitpferd ich bin das pferd komm her beifußpferdchen das pferd hat uns das leben gerettet dadurch dass es weiter hergeritten ist nein ich will nicht den kettelmann ich will den der expressmonie ist ausgerüstet perfekt da oben war doch gerade ein kurs ja 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 Ich glaube eher, dass ich ein Beispiel an den statuiere. Ja, kommen Pferde, sowas wie bin ich nicht. Die sollen ja nicht verbrennen. Ich bin ein Tierfreund, bloß verschwindet von hier. Da haben wir hier die Leute geschützt. Da haben sie den Lokführer erschossen, die Asozialen. Ich werde kurz mal was schauen. Nein, das wollte ich eigentlich mit. Das wollte ich hier auf mein Pferd. Dann geht es weiter in die Stadt, würde ich sagen. Für eine bis zwei Missionen ist locker noch Zeit. Wer ist wirklich ein bisschen wert Philler? Wenn du wirklich gut bist heute, Bill. Bekne ich. Das war's. Das war's. Man, Leute verschwinden. Irgendwas stimmt hier nicht. Das war wohl unser Kollege. Das war's. 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 Oh mein Gott. Das war's. 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 Jetzt ist es wirklich Spoffer. Wir haben viel schlimmer als du, 100 Mal übernommen. Das ist die Greys. Es hat immer, immer wird. Der nur Greys, die ich hier sehen, ist du. Du willst uns rauskommen? Wir kommen raus. Oh, Bill. Oh, das ist das Bedeut. Oh nein, da, unser Freund. Oh nein, da, unser Freund. Oh nein, da, unser Freund ist doch besser. Ja, das war jetzt nicht so schön. Ja, in der Folge ging es ganz schön ab, zuerst sterben fast wir und dann schon. Er war wie ein wunderschöner kleiner Bruder zu mir. Welche Spaß hatten wir, zusammen zu fahren. Was ein verdammter Müll, das wir in den Dingen machen. Ja, Dutch wäre die nächste Mission dort hinten. Dann, wenn wir schon mal hier sind, so nah am Lager, dann schauen wir mal, ob es hier irgendwas zu jagen gibt. Kojoten gibt es hier nur. Muss da auch irgendwas anderes noch geben. Gut, haben wir uns halt einen Kojoten geschossen. Das arme Tier. Da sind noch mehr Kojoten. Dann gibt es hier kein Reh oder sowas in der Nähe. Okay, wir haben uns halt einen Reh. Ja, da war klar, dass wir noch mehrere sein werden. Ja, das ist ein Druthan. Ja, sagt er so und tötet den U-Tan, dass er mit einem Reh verwechselt hat. Los, verstau es. Was noch ein Kriotik? Haben wir ein bisschen was noch beschossen, was wir jetzt hier abgeben können. Arm down. This will all be okay. Relax. Scheiß, Maike. Ich kann einen Moment entspenden, aha. Da ist... Einen kleinen Jack, sein Hund. Ah, ich weiß, was die nächste Mission ist. Nein, ich will noch nicht, dass er anfängt. Wir denken, dass die Braithwaite-Winne ihn nahm. Aber Kieran sah ein paar Freunde, die so wie Braithwaite-Boys. Wo ist mein Sohn? Wenn alles... Wo ist mein Sohn, Dutch Vandalin? Wir finden ihn. Wir bringen ihn zurück zu dir. Und wir töten jeden Fuhl, der die Temerität hat, um ein Haar auf dem Manns Kopf zu retten. Abigail, du hast meine Worte. Ja, die Mission wird jetzt richtig wild. Jetzt geht's richtig rund. So viel kann ich versprechen. Let's go get that boy back. Mist da, Leute. Jetzt geh ich einmal jagen. Jetzt muss ich die Tiere mit zu einer Schießerei nehmen. Super. Ich kann sie nunmals abliefern. Sie werden schlecht. So eine Scheiße. Ja, John ist dem Wunen sein Vater. Ich weiß nicht, aber wir bekommen ihn zurück und sie werden bezahlen. Ich versuche dir das. Was ist das Gold? Wer gibt eine Scheiße über das Gold? Sie haben Jack. Ich liebe es dir zu dir, aber ich glaube, zwei Männer sind alle dabei. Guck mal, wir sind jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Ich meine, das sind alles harte Runde, ne? So sieht's aus. Ich rüste schon mal die Sachen aus, die ich mitnehmen will. Ich rüste schon mal die Sachen aus, die ich mitnehmen will. Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. Hm. Das ist doch ein Bild für die Götter. Das ist doch ein Bild für die Götter. Ich habe hier den kleinen Shake. Dann nehmen wir noch den zweiten Revolver mit. So geht es nicht. 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 Da, im Grunde Geld. Und du Car du이� zeigt. Das ist sicher. Das ist kannst du nicht. so easy john we come for the boy we must have known we would shouldn't have messed with our business now should you whatever complaint you have with us alleged or otherwise that is a young boy Boy, that is not the way you do things, hand him over. Get the hell off our land! Hmm... If you ain't gonna be civilized about this... Now it's up, man. Oh, nice, man. First we have the Wraiths out and now the Graveways. What's up there? The princess, the rule, the stewardess. I'm behind the camera! Arthur, John, Hosea with me! The rest of you, watch out here for any other arrival. Oh, no, I'm behind the camera. Get in there! Find Jack! And find that Braithwaite woman! Jack, you're in here! Jack, can you hear me? Jack? Oh, shit! Hello? What? Haha. It's not a good thing that this was talking about. So, that's our house here. So, come on. Come on. So, back with him. Look, I'm going to go against him. I'm going to go against him. I'm going to shoot him. Now, I'm going to shoot him. Now, let's go. You're not going to do it now. You're on the ground. War my... You're on the ground. You're on the ground. Yeah, I'm going to shoot him. You're on the ground. Look at me, can you see that? You're on the ground. Oh, das war dumm. So, weg damit! So, weg damit! Ja, da hat's ihr Sohn wohl nie erwischt. So, weg damit! 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 Ja, sie wollte sich mit uns anlegen. Mit uns geschuld. Wo hast du den Mann, Frau Braithwaite? Du hast meine Brüder. Du hast meine Brüder. Du hast meine Brüder. Es gibt keine Regeln im Krieg, Herr... Mathews. Ja, ja, das ist es. Wo sind die Brüder? Meine Eltern haben ihn Angelo Bronte gegeben. Also meine Brüder ist Saint-Denis. Either da, oder auf meinem Boot in Italien. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you, she was crazy. Tja, mit uns legt man sich nicht an. Egal, wie viel Geld man hat. Ich hoffe, dass du das verstehst. Aber ich habe nie mehr stolz von dir, als ich jetzt bin. Brüder. Du machst die richtige Sache. Wenn ich nicht diese Brüder zurückkehren will, ich bin... Sie... Sie wird uns alle töten. Ich weiß. Aber... Looking at das Logisch, dieser Brüder ist gut. Sie hat ihn zu schrauben uns. Keine Brüder nimmt einen Brüder, um ihn zu schrauben. Er ist gut, John. Was denkst du, Arthur? Der Brüder wird gut. Aber... Natürlich Marston hat die Brüder schraubt. Wir töten alle diese Menschen. Wir schrauben alle diese Probleme. Für nichts. Nein. Nein. Nicht für nichts. Für leben. Jetzt kommen wir diesen Brüder zurück. Und wir gehen. Verrückt mir. Hey, Dutch! Wir haben ein Problem. Nicht ein Problem. Nicht für nichts. Verwärter. Verwärter. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde, Mr. Matthews, I presume. Und wer bist du? Rip Van Winkle. Huh. Good day, Sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure? Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity. And basic decency was outmoded or not yet invented. This thing? It's done. This place... Ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well, ain't that fine. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it would be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. Hmm. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What in hell? We get out of here. And quit. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually. But it should buy us a few days. A few days is all we need. It's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur. Right out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. The rest of you get packing! Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot. Hey there, girl. Follow me. I know the way. We'll get back to the place. I think that the animals have been damaged. I can't change anything. It's okay, John. We should get caught up. We should get caught up at Jack. We will. We have to move everyone first. Before that bastard Milne comes back with an army. We ain't no used to jack in jail or at the end of a rope I don't even know what to think no more Just gotta keep our cool be smart about this Hey wait up I hope life there in Tondo Smart, bist du schockiert? Wir machen zu viel Ruhe wieder einmal. Wir haben ihn direkt zu uns. Ich meine, wie viele Leute haben wir in den letzten paar Wochen verletzt? Far too many. Es ist ein Mensch, zu spielen seine Spiel. Mosea, auch. Wir sind mit diesen beiden Familien beschäftigt. Master Kahn, die ihre Magik arbeiten. Sie glaubten, dass es viel Geld ist. Ja, sie glaubten, dass es Geld ist. Es ist nicht immer. Schau, Arsten, ich weiß nicht was zu erzählen. Die Dinge nicht immer funktionieren. Das ist nichts anderes. Jack ist weg. Wir haben uns Sean, Mac, Davy, Jenny. Und für was? Wir können nicht verändern was ist. Wir können nur weitergehen. Aber ein Tag, wir müssen uns lernen, von unseren Fehler. Komm, es ist nicht so schlecht. Ja. Wir haben eine Schraubung. Wir sind okay. Wir werden durch. Wir werden durch. Dutch wird es fixiert. Dutch wird mit einem großen Plan gemacht. Jetzt? Jeder Plan wird uns in eine schlimme Probleme. Wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen von woher wir gehen. Du kannst das nicht alles auf, Dutch. Du hast gearbeitet. Und rechtlich so. Du kannst nicht wegkommen. Du kannst nicht wegkommen. Du kannst nicht wegkommen. Du kannst nur auf diese Weg, nach der links her. Es ist ein verdammter Schmerz. Das wehrer Kind. Wir haben das Leben gewählt. Er hat nicht. Ich weiß nicht, ich bin das Leben gewählt. Du, ich, Dutch, Hosea. Jetzt ist es ein langes Zeit. Das ist es vor. Vorher. Vier Schmerzen und eine Schraubung. Wir gehen in die Welt. Du hast noch nicht gesehen. Komm schon. Wie schnell wir das gemacht haben, desto besser. Bist du sicher, dass das Ort empty ist? Nein, ich bin sicher. Nichts. Okay. Lasst uns die Hosen hier und schauen. Ich will das andere Gewehr gern mitnehmen. Das brauche ich nicht. Ich habe zwei Revolver dabei für das Tanz. Und eine Schrotflinde. Das reicht. Oh, shit! Es sind sie wieder! Oh! Oh! Get ready! Dammit! Still etwas hier. Ich kann das sehen. Du denkst, dass es noch mehr sind? Ich werde die Hausen beobachten. Du fassierst dich hier. Du wirst hier aufmachen. Ich will dich werfen, du Schein! Komm mal mit dir, Hosea! Was ist das? Du kannst noch nicht rauskommen! Einmal mehr von dir, ich komme für dich! Du hörst mich? Komm mit mir. Ich versuch' dich! Entschuldigung, Leute! Das ist uns jetzt! Wo sind die Gehreiche? Komm raus! Du bist der Gehreiche, ich bin ich! Du bist der Gehreiche, ich bin ich! Ich weiß, du bist der Gehreiche, ich bin ich! Du bist der Gehreiche, du bist der Gehreiche. Du bist der Gehreiche. Du bist der Gehreiche, die Gehreiche, die Freude, die Schrauben, die Arme von Kriminellen, die unsere Lande und unsere Regierung. Ich habe sie alle überwachsen. Unsere Kampf wird weitergehen! Jesus! Oh! 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 Ja, mache ich meinen Gutes da! Jetzt muss ich wieder runter zu dem Mensch! Ah, hier liegt keine Stiftung hier oben! Ah! Habe sich die schon geschnappt? Gut! Ja, ich hilf dir doch mit den Leichen. Hä? Was checke ich gerade nicht? Muss ich ihm irgendwie die Leiche abnehmen, oder? Ach, er hat da noch einen hingelegt. Wie dumm. Und du gehst den da? Folle mich. Okay, diesen Weg. Wir werden die Böden in den Schwampen. Da drüben ist ein Alligator. Okay, ich kann mit dem Rest der Böden. Du gehst mit dem Karavan und guierst ihn in. Ja, ne? Weg mit den Leichen. Da hat der Alligator was zu essen. So ein Ding ist das nämlich. Den haben wir doch eben schon geplündert. Einer ging eben nicht. Okay. So, bringen wir den runter. Dann machen wir auch gleich hier, wenn die Mission rum ist, einen Cut. Dann sehen wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Oder halt im Pokémon Let's Play oder Dying Light. Oder halt einen klassischen Call of Duty Video, egal ob es jetzt Multiplayer oder Warzone ist. Ähm, genau. Schaut euch die einfach mal an. Schaut da einfach mal rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich sag jetzt auch schon mal gleich, ich freu mich natürlich auch über Support. Like, Comment, Abo. Das ist alles ne super Sache. Auch auf Twitch ein Follow da lassen. Freu ich mich auch sehr drüber. Und, ja. Schauen wir uns jetzt noch das Ende der Mission an. Und dann haben wir's auch soweit, ne? Ja, da kommt unsere Band. Willkommen zurück, all of you. To my humble abode. We got fine living. Nor the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you too kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George, yes. Eine Mission nach der anderen, das reicht doch. Seine arme neue Freundin. Can you believe that, girl? All I've got going on and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about, according to the map, the road up this way should lead us right here. Ja, jetzt gehen wir das erste Mal an die Stadt, ne? I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? A few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it on. We're going to get that boy back. Whatever it takes. But good, it's just all in half and two or three days, right? Subtly, of course. But anyway, public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Yeah, here. Now it's going to the first time to the city. To Sordani. Okay. There she is. A real city. The future. Big cities. They're always repellent. Ah, schön. Bis auf den ganzen Qualm, der die Umwelt kaputt macht. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. We're the first time in the city. Kapitel 4. Sordani. Gut. Die Folge ist dann hier aber auch rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.